Sind Sie weg? Wir haben noch Haufen Weise davon hin im Haus. Was? Oh, k-k-kümmern Sie sich nicht um den, Herr. Er ist ver... Er ist verrückt, Herr. Sind Sie schon weg? Weg! Oh, ja! Na, also, wo waren wir gerade stehen geblieben? Na, ich bin vorbeigekommen und dann habe ich gesagt... Gut, das war die Abstimmung über die Zustimmung. Angenommen mit einer Enthaltung.